Viele Deutsche, Österreicher und Schweizer, die ausgewandert sind, überlegen sich, eine Schweizer Gesellschaft zu gründen, denn diese hat ja eine gute Reputation nach außen und zahlt auch noch relativ wenig Steuern. Warum eine Schweizer AG oder GmbH aber vielfach nicht steuergünstig ist, wenn du im Ausland wohnst, darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wenn du als Deutscher, Österreicher oder Schweizer ausgewandert bist und dann möglicherweise ein neues Business im Dachraum starten möchtest, dann fällt die erste Wahl vielfach auf die Schweizer AG oder GmbH als eine ideale Rechtsform. Die Schweiz hat ja eine super Reputation und wie gesagt, die Reputation ist ja wichtig, wenn man mit Kunden im Dachraum arbeitet. Da ist es nicht so schön, irgendeine Auslandsgesellschaft zum Beispiel in Zypern im Impressum zu listen. Das mögen viele Kunden im Dachraum überhaupt nicht. Das sieht nicht besonders seriös aus. Eine Firma in Deutschland oder Österreich will man auch nicht gründen, denn hat man dann wieder Vermögen in Deutschland zum Beispiel, fällt man ja unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht und auch Österreich ist ja steuerlich gesehen nicht besonders günstig, genauso wenig natürlich wie die deutsche GmbH. Da klingt die Schweizer Gesellschaft mit einem Steuersatz von vielfach unter 15 Prozent. Manche Kantone haben 12 oder 13 Prozent Körperschaftsteuer und eben keine Gewerbesteuer wie in Deutschland schon ziemlich attraktiv. Man stellt sich das Ganze so vor, dass man dann in Dubai wohnt, eine Schweizer Gesellschaft hat. Diese Schweizer Gesellschaft tritt nach außen hin am Markt auf, macht Umsätze, macht Gewinne. Man zahlt die moderate Steuer in der Schweiz und lässt sich den Nettogewinn als Dividende ins Ausland ausschütten. Das ist aber vielfach steuerlich nicht ratsam, denn in der Schweiz werden 35 Prozent Verrechnungssteuer als Quellensteuer fällig. Also zunächst mal versteuert die Schweizer Gesellschaft ihren Gewinn mit sagen wir 12, 13 oder 14 Prozent. Dann bleiben also vielfach über 80 Prozent Gewinn übrig und wenn du dir diesen dann als Gewinn ins Ausland ausschütten willst, zum Beispiel nach Dubai oder auch irgendwo anders hin, werden 35 Prozent Quellensteuer fällig, den die Gesellschaft einbehalten muss und dann an die Schweizer Finanzbehörden überweist. Wenn du jetzt in einem Hochsteuerland wie Deutschland wohnst, dann ist das nicht so schlimm, denn das wird ja dann einfach verrechnet mit der deutschen Abgeltungssteuer. Möglicherweise je nach dem Doppelbesteuerungsabkommen in deinem Wohnsitzstaat kannst du dann auch noch was in der Schweiz zurückholen. Wohnst du jetzt aber nur in einem Land, in dem es ein solches Doppelbesteuerungsabkommen nicht gibt und die meisten Offshore-Länder haben keines, dann bleibst du auf diesen 35 Prozent Quellensteuer sitzen und kannst dir diese auch nicht zurückholen. Nun mag der eine oder andere findige Unternehmer sagen, okay, kein Problem, dann gründe ich eben einfach eine Holding in der europäischen Gemeinschaft, zum Beispiel in Malta oder in Zypern, wo es ja keine Quellensteuer gibt. Die Schweiz hat sich ja im Grunde der EU-Mutter-Tochter-Richtlinie unterworfen. Es darf also keine Quellensteuer einbehalten werden, wenn Dividende nach Malta oder Zypern ausgeschüttet wird. In Malta und Zypern gibt es keine Quellensteuer und so kann ich dann, auch wenn ich in Dubai wohne, die Dividende ohne Quellensteuerabzug nach Dubai erhalten. Nun, in der Theorie mag das tatsächlich so funktionieren, in der Praxis aber wird es nicht klappen. Denn die Schweizer Gesellschaft müsste weiterhin die Quellensteuer abführen und dann könnte die Holdinggesellschaft zum Beispiel in Malta oder Zypern in der Schweiz beantragen, dass die Verrechnungssteuer erstattet wird. Oder man kann natürlich auch die Befreiung von der Verrechnungssteuer im Vorfeld beantragen. Nun kommt es zur eigentlichen Krux. Die Schweizer Finanzbehörden werden einer Erstattung der Verrechnungssteuer niemals zustimmen, wenn derjenige, der hier der Begünstigte an der Holdinggesellschaft ist, in einem Land wie Dubai wohnt. Man will ja gerade in solchen Fällen die Quellensteuer einbehalten und man wird hier keine Umgehung zulassen. Und vor allen Dingen, wenn es sich bei der Gesellschaft in Malta oder Zypern um eine sogenannte funktionslose Gesellschaft handelt, also um eine Holding, die nur eine Briefkastengesellschaft ist, die also offensichtlich nur dazu gegründet wurde, hier in der Schweiz die Quellensteuer nicht bezahlen zu müssen, dann kannst du schon mal doppelt davon ausgehen, dass es hier in der Schweiz nicht zur Quellensteuerbefreiung kommt. Das gleiche wäre natürlich auch bei einer US-LLC der Fall oder welche andere Holdingkonstruktion auch immer du nun dahinter stecken möchtest, hinter die Schweizer Gesellschaft. Tatsächlich ist die Befreiung von der Quellensteuer nicht nur in der Schweiz, auch in der Europäischen Union und auch in den USA in den letzten Jahren immer schwieriger geworden. Vielfach verzichtet man immer häufiger auf eine Dividendenausschüttung und versucht das Ganze zum Beispiel über Management-Fees oder andere Rechnungen hier zu bewerkstelligen, die man dann an die Schweizer Gesellschaft stellen kann. Da muss man möglicherweise ein Ruling einholen bei der kantonalen Steuerbehörde, aber das ist natürlich im Zweifelsfall möglich, insbesondere wenn die Rechnungen, die gestellt werden, natürlich Hand und Fuß haben und im Hinblick auf den Betrag, der in Rechnung gestellt wird, jetzt nicht überzogen sind. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall raten, hier mit einem Steuerberater oder Rechtsanwalt in der Schweiz zu sprechen, der mit diesem Thema Erfahrung hat, der das Thema Quellensteuerbefreiung schon mal mit den Behörden angeschaut hat. Hier wirst du dann wertvolle Hinweise erhalten in Bezug auf deine Struktur. Und wie gesagt, man kann schon im Vorfeld ein Ruling auch einholen, bevor du diese Firmen gründest und dich hier unnötig in Unkosten stürzt. Wir arbeiten hier mit einigen Schweizer Spezialkanzleien zusammen, die dich diesbezüglich raten können. Wichtig ist, dass du verstehst, dass eben auch die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie nicht mehr das ist, was es einmal war, sondern jetzt im Grunde alle Staaten damit begonnen haben, die Erstattung der Quellensteuer immer schwieriger zu gestalten. Tatsächlich funktioniert es nur noch dann, wenn man hier in zwei Hochsteuerstaaten ist. Also zum Beispiel schüttet eine deutsche Gesellschaft Dividenden an eine französische Mutter aus, dann gibt es wahrscheinlich kein Problem hinsichtlich der Quellensteuer. Aber wie gesagt, die Schweiz ist bekannt dafür, dass sie in puncto Quellensteuer, Verrechnungssteuer sensibel ist und man sollte hier keine einfache Lösung erwarten. Gegebenenfalls ist es daher interessanter für dich, wenn du in einem anderen Land eine Gesellschaft gründest. Zum Beispiel könnte Lichtenstein ja interessant sein. In Lichtenstein gibt es keine Quellensteuer. Lichtenstein ist ja im EWR, das heißt, hier gilt auch tatsächlich die EU-Mutter-Tochter-Richtlinie. Das heißt, du könntest eine Gesellschaft in Lichtenstein installieren, die dann wiederum einer Holdinggesellschaft in zum Beispiel Zypern oder Malta gehört oder die dir auch selbst gehören kann. Auch in Lichtenstein ist natürlich Substanz notwendig bei der Gesellschaft selbst. Du brauchst einen Geschäftsführer, der dort ansässig ist. Aber wenn Lichtenstein für dich in Frage kommt und deine Kunden zum Beispiel Rechnungen aus Lichtenstein akzeptieren würden, ich sehe nicht, warum nicht, dann ist vielleicht dieser Kleinstaat eine Option für dich anstelle der Schweiz. Wenn die Firmengründung von steuereffizienten Strukturen in der EU oder außerhalb der EU ein Thema ist und du planst, ins Ausland umzuziehen oder schon ausgewandert bist, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, steuereffizienten Strukturen im Ausland zu gründen, umzuziehen, Vermögen aufzubauen im Ausland und Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch bald ein Beratungsgespräch mit dir zu führen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.